So, mein Heustapel von unten gesehen. Hat mir viel Arbeit gegeben, alle die Ballen zu stapeln. Übrigens stehe ich da unter der Fahrbrücke, die da quer oder längst durchs Haus führt. Da konnten sie mit dem Wagen nach hinten fahren und das Heu abwerfen. Jetzt stehen da meine Kürbisverkaufswagen drauf. Auf dieser Seite kommt dann Stroh.